Deutschland steht nach einem 2-0-Sieg über Dänemark im Viertelfinale der Heim-EM und in diesem Video zeige ich euch, wie es Bundestrainer Julian Nagelsmann gelungen ist, ein zunächst ausgeglichenes Spiel durch Anpassungen mit und ohne Ball auf seine Seite zu ziehen. Zunächst einmal hat er die Startelf im Vergleich zur Gruppenphase ein wenig verändert, Schlotterbeck musste den gesperrten Tar ersetzen, Raum kam für Mittelstädt rein, Havertz blieb in der Startelf und Füllkrug damit auf der Bank, aber die wohl überraschendste Umstellung war die, dass Leroy Sané für Florian Wirz in die Startelf gerückt ist und Nagelsmann wollte mit Sané anstelle von Wirz einen Spieler, der eher die Tiefe attackiert, nicht unbedingt den Ball in den Fuß will und immer mal wieder sich fallen lässt und einfach etwas mehr Tiefgang bietet, also auch mal hinter die Kette von Dänemark einstartet und genau das wurde auch direkt nach wenigen Sekunden ersichtlich, nachdem Sané im Rücken von Mehle, dem linken Schienenspieler von Dänemark, tief geschickt wurde, den Ball erhält. Klar, nicht in einer gefährlichen Position, aber es hat direkt mal gezeigt, was der Hintergedanke von Nagelsmann war und Dänemark hat dann auch zeitnah darauf reagiert, denn Mehle wurde jetzt auf Sané angesetzt und sollte nicht wie Barr auf der anderen Seite auf den gegnerischen Außenverteidiger hochschieben, also der ist immer auch vorgeschoben auf David Raum im Pressing, aber Mehle auf der linken Seite ist immer bei Sané geblieben, hat keinen Druck auf Kimmich ausgeübt, einfach um zu verhindern, dass Sané gefährlich in den Rücken der Abwehr einstartet, allerdings öffnete dies Kimmich entweder außen den Raum, Sané ist dann oft auch gut eingerückt, hat ihm den Platz auf außen geöffnet oder eben im Zentrum, wenn Sané sich eher weiter nach außen orientiert hat, die Breite besetzt hat, dann konnte Kimmich auch mal eher ins Mittelfeld, ins Zentrum einrücken und generell, umso mehr man die Breite mit Sané besetzt hat, hat man auch die Defensivreihe der Dänen weiter auseinandergezogen, weil die ja schon relativ kompakt war mit einer Fünferkette hinten. Deutschland baute wie gewohnt mit Großhalb links auf, kennen wir ja mittlerweile der 3 plus 1 Aufbau, die Außenverteidiger in der Breite, je nachdem wie hoch der Ballbesitz ist, unterstützen sie auch im Aufbau, hier sind sie noch relativ tief, während Musiala aus der Offensivreihe situativ im Zentrum immer mal wieder neben Andrich aufwüllte, also entgegenkam und er einfach noch eine weitere Passoption dargestellt hat und dann je nachdem den Ball klatschen lassen konnte oder gefährlich aufdrehen konnte. Die Dänen verteidigten relativ aktiv und ähnlich wie die Schweizer aus ihrem 5-2-3 heraus, wurde das Mittelfeldpressing überspielt, ging sie dann in ein 5-4-1 über, etwas tiefer, aber im Grunde war man meistens eben in einem Midblock, also relativ in der Mitte des Spielfelds, hat demnach auch etwas Raum angeboten im Rücken der Abwehr, den man aber zunächst trotz Sané in der Startelf nicht so wirklich zu nutzen wusste, denn die äußeren Innenverteidiger der Dreierkette von Dänemark verteidigten immer aktiv nach vorne und verfolgten ihre Gegenspieler auch über das Feld, so wie in dem Beispiel Andersen, den kurzkommenden Musiala. Auf der anderen Seite sehen wir auch Christensen, der so ein bisschen an Gündogan dran ist und generell hat man so die Gegner aus der Ordnung herausgezogen. Ein bisschen hinter der Anzeige versteckt ist, dass Sané eben Mehle etwas tiefer gebunden hat, während Bar auf der anderen Seite etwas höher stand, um eben Druck auf Raum auszuüben. Also die Dänen haben aktiv nach vorne verteidigt, so konnte Musiala sich meistens auch nicht so aufdrehen, wie er es sonst als meistens kann, denn Andersen war extrem eng an ihm dran, so musste er meistens, wenn er entgegenkam, den Ball wieder klatschen lassen. Allerdings hat es ja dennoch einen großen Raum hinter dem Spieler, der ihn verfolgt, kreiert, in dem Fall hinter Andersen, auch Bar steht etwas höher und diesen Raum, der dann frei wurde, hätte man viel öfter belaufen müssen und dann auch bespielen müssen. Da hätte dann ein Havertz oder ein Gündogan rein starten müssen. Das war natürlich etwas schwierig, weil auch die in Mantegung genommen wurden und dementsprechend einen Gegenspieler hatten, der sie verfolgt hat und so hat man diesen häufig von Musiala kreierten Raum dann später auf eine andere Art und Weise ausgenutzt, aber dazu kommen wir später. Die Dänen haben es so zunächst gut verteidigt, aber natürlich relativ riskant, während die Deutschen noch nicht so wirklich das Gegenmittel gefunden haben, um das zu bestrafen, weshalb die erste Halbzeit auch relativ ausgeglichen war. Man wurde zwar mehrfach gefährlich in der ersten Halbzeit, allerdings fast ausschließlich über Standards und nicht wirklich aus dem Spiel heraus, weil die Dänen da einfach immer enger Mann waren und man sich schwer tat, spielerische Lösungen zu finden. Gegen den Ball war man auch nicht ganz so griffig, die Abstände im Mittelfeld waren nicht optimal, Dänemark hat die Breite rechts häufig mit zwei Spielern besetzt, mit Barr und mit Sko Olsen und so dann häufig David Raum aus der Ordnung rausgezogen. Letztendlich hatten sie sogar mehr Expected Goals zur Halbzeit, auch wenn es relativ ausgeglichen war. Doch Nagelsmann hat sowohl mit als auch gegen den Ball reagiert und die dementsprechenden Anpassungen vorgenommen, so dass man sich sowohl mehr Chancen aus dem Spiel heraus kreiert hat im eigenen Ballbesitz, als auch gegen den Ball deutlich sicherer stand. Defensiv, also ohne Ball, ließ sich Robert Andrich in Halbzeit zwei wieder zwischen die Innenverteidiger fallen, um in der letzten Linie nicht überladen zu werden. Dieses 5-3-2 funktionierte auch besser als im Schweiz-Spiel und man ließ bis auf die Heulund-Chance fast nichts mehr zu. Später kam dann Can für Andrich, der hat es genauso gespielt und so richtig brenzlig wurde es nur beim ganz knappen Abseits-Tor der Dänen, als Delaney mit seinem Fußzeh im Abseits steht. Die direkte Antwort der deutschen Mannschaft folgte dann aufgrund einer Umstellung im Ballbesitz, die seinen Ursprung schon in der widderungsbedingten Unterbrechung hatte. Denn von da an ließ sich Groß häufiger zentral in die Kette fallen, wodurch er Schlotterbeck seinen geliebten linken Halbraum überließ. Das sehen wir hier ganz gut, ich würde sagen beide haben ihre größte Stärke in dem Bereich, aber den Raum kann halt eben nur ein Spieler besetzen und ich würde sagen groß liegt es eher die zentrale Rolle im Dreieraufbau zu spielen, wie Schlotterbeck, klar es können beide, aber wenn man das so aufteilt die Rollen, dann liegt das den Spielern deutlich eher. Groß kann auch aus der Zentrale das Spiel aufbauen, Schlotterbeck hat auf der linken Seite mit seinem starken linken Fuß deutlich bessere Passwinkel und kann da auch mal eher in den Raum antribbeln. Bei der Entstehung des späteren Handelfmeters ist es sein langer Ball aus dieser Position hinter die Kette, der dies überhaupt erst ermöglicht. Er schickt dabei Musiala, eigentlich würde ich sagen muss Schmeichel da rauskommen, kann den Ball einfach klären und dann würde überhaupt erst keine Gefahr entstehen. Musiala muss dann eigentlich auch besser rüberlegen, geschieht alles nicht, am Ende kam man so aber ins letzte Drittel, bleibt dann dran und bekommt den Elfmeter zugesprochen, weil es am Ende eine Flanke von Raum war, der an die Hand geht von Andersen. Und Kai Havertz verwandelt natürlich souverän zum 1 zu 0. Das gleiche Muster, aber in noch besserer Ausführung sehen wir dann beim 2 zu 0. Wenn sonst keiner den von Musiala kreierten Raum ausnutzt, dann muss er es halt selbst machen und hat das in dem Beispiel auch gemacht. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, die anderen Offensivspieler wurden auch in Manndeckung verfolgt. Dementsprechend wäre es schwierig gewesen, dass jemand anderes in den von Musiala kreierten Raum einstartet. Deshalb war es eben so wichtig, dass er den Raum selbst ausnutzt, dank einer guten gegenläufigen Bewegung, wie es Vinicius Junior schon vorgemacht hat bei Real Madrid im Champions-League-Halbfinale. Täuscht erst an, dass er entgegenkommt, zieht Andersen somit mit sich mit. Der ist natürlich nicht ganz so gelenkig, wie es Musiala ist, ändert dann schnell die Richtung, startet in die Tiefe in den von sich selbst kreierten Raum. Und Schlotterbeck spielt dann natürlich auch ein wiederholtes Mal einen perfekten Pass. Ich glaube, bei dem kann Schmeichel ehrlich gesagt nicht rauskommen, weil der extrem eklig aufspringt und ziemlich schnell wird. Und Musiala bleibt dann eiskalt und macht das 2 zu 0 für Deutschland. Nagelsmann meinte auch, dass er genau dieses Vorgehen in der Unterbrechung und in der Halbzeit angesprochen hat, dass man eben solche Gegenbewegungen macht gegen die recht aktiv verteidigenden Dänen. Und so hat der Bundestrainer die Schwachstelle der Dänen erkannt und in dieser Szene exemplarisch ausgenutzt. Es stellt sich natürlich schon auch noch so ein bisschen die Frage, wer im Viertelfinale starten wird. Entweder Schlotterbeck oder Thar, der jetzt eben gesperrt war. Ich persönlich tendiere eher zu Schlotterbeck, denn mit ihm hast du neben Groß einen weiteren Spieler in der ersten Aufbaulinie, der dir in jedem Spiel das Maximum an Progressivität garantiert. Im richtigen taktischen Setup kann er dir zudem ausgeglichene Duelle auf deine Seite ziehen, so wie eben in dem Spiel geschehen oder auch im Champions-Sieg-Halbfinale im Hinspiel gegen PSG, als er diesen ähnlichen Pass auf Fylkru gespielt hat, der da das 1 zu 0 erzielt hat. Mit ihm bist du einfach nicht so ausrechenbar, weil du mehrere Spieler hast, über die du das Spiel aufbauen kannst, sodass dein Gegner den Fokus nicht nur auf Toni Kroos setzen kann und falls er es doch tut, kannst du es halt eben über andere Spieler bestrafen. Nagelsmann hat anders wie zum Beispiel Spalletti bei Italien, die ich in etwa auf eine Ebene als die taktisch besten Trainer des Turniers setzen würde, ein taktisches Grundgerüst mit klaren Prinzipien implementiert, welches er aber immer wieder durch Anpassungen seinerseits an den Gegner ergänzt, um deren explizite Schwächen auszunutzen. Im Endeffekt stehen wir verdient im Viertelfinale und es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie das Spiel dann ablaufen wird, wahrscheinlich gegen Spanien, ich persönlich hoffe ja auf Georgien, aber schauen wir einfach mal, was wird. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Dänemark-Spiel in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!